Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkessel-Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Erdnüsse, warum nicht mal auf dem Brot? Irgendwie ist mir gerade nichts Besseres eingefallen für die Kategorie, aber es ist natürlich genau das, was wir tun. Wir machen Erdnüsse aufs Brot in Form von Erdnussbutter. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Für Erdnussbutter Erdnüsse. 300 Gramm haben wir jetzt hier geschält. Um ehrlich zu sein, hat Hannah die geschält. Gestern Abend in kleinster Handarbeit jede einzelne Erdnuss ausgedrückt. Und heute Morgen habe ich gesagt, kann man ja auch so kaufen, sogar ungesalzen. Weil ich mache zu Hause immer Saté, das ist so eine Erdnusssoße und da kaufe ich dann die Erdnüsse auch schon geschält und ungesalzen, ungeröstet. Muss man halt ein bisschen hoch. Wir machen heute Erdnussbutter. Das ist ja so ein, ja ich würde fast schon sagen, klassischer Brotaufstrich auch hier in Deutschland geworden. Ich selbst bin jetzt nicht so der Fan von, aber man kann Erdnussbutter natürlich auch ganz viel für andere Dinge verwenden. Ich zum Beispiel nehme das häufig bei asiatischen Gerichten. Da kann man einfach so einen Esslöffel Erdnussbutter in den Wok geben zu Wokgemüse und sowas. Das gibt dem Ganzen nochmal einen sehr, sehr leckeren Geschmack, auch bei Curries und so weiter und so fort. Deswegen machen wir die Erdnussbutter jetzt also ungesüßt und ungesalzen. Ihr könnt das natürlich zu Hause dann entsprechend anpassen, wenn ihr sagt, ich hätte gerne deftige, salzige Erdnussbutter. Dann könnt ihr übrigens auch gesalzene Erdnüsse kaufen. Spart man sich das salzen nachher. Ansonsten ganz neutral, nur Erdnussgeschmack und dann isst man das, glaube ich, ich weiß nicht, mit Gelee oder so. Nicht jedermanns Sache, also meine ist es nicht. 300 Gramm Erdnüsse geschält, handgeschält. Die schmecken dann ganz besonders gut. Werden wir jetzt im Thermomix fein mahlen und das bedeutet Stufe 10. Ich denke mal so 10 Sekunden braucht es auf jeden Fall. Ich gucke zwischendurch trotzdem mal rein, aber egal wie lange es ist, es wird auf jeden Fall jetzt erstmal sehr, sehr laut. Ich denke, das hier kann man als fein bezeichnen. So und jetzt kommt die eigentliche Arbeit, die der Thermomix übernehmen muss. Wir werden das Ganze nämlich jetzt auf Stufe 4 rühren und zwar so lange, bis Öl austritt. Erdnüsse sind ja sehr ölhaltig, sehr fettig und das machen wir auf Stufe 4. So 5 bis 6 Minuten reichen auf jeden Fall und damit es ein bisschen schneller geht, schalte ich den Thermomix jetzt noch auf Temperatur und zwar 37 Grad. Es sollte auf gar keinen Fall wärmer sein. Dann lassen wir mal laufen und gucken, wie es in 4 Minuten aussieht. Ihr hört, das Geräusch hat sich verändert. Das bedeutet, das habe ich vergessen vorhin bei der Einleitung zu sagen, ich zeige euch mal wie das aussieht. Natürlich geht das hier so ein bisschen an den Rand. Zwischendurch müssen wir also immer den ganzen Kladderadatsch nach unten schieben und dann machen wir weiter. So, ich habe es jetzt doch ein bisschen länger als nur 4 Minuten vor sich hin rühren lassen oder 5 Minuten. Es waren insgesamt knapp 10 Minuten. Das hat jetzt doch schon eine durchaus cremig anmutende Konsistenz. Ganz wichtig hier nochmal ein Allergikerhinweis. Dieses Gericht kann Spuren von Nüssen enthalten. Wir schmieren das jetzt mal hier auf Toast. Dann gibt es das obligatorische Abschlussfoto und dann esse ich Erdnussbutter auf dem Sandwich. So, wir haben das Ganze jetzt so ein bisschen fürs Foto angerichtet. Farblich etwas reizarm und Hannah, die ja generell Tendenzen dazu hat, die Fotos ästhetisch rüberkommen zu lassen, hatte einen ganz kurzen Anflug, das Ganze mit ein wenig Petersilie zu garnieren, so wie sie es bei vielen Gerichten tun. Und wenn ihr uns schon länger folgt, dann wisst ihr, was ich meine. Ach so, und falls ihr uns noch nicht folgt, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Hier gibt es so einen Abonnieren-Button. Da einfach drauf drücken, denn hier gibt es regelmäßig tolle Rezepte aus und mit dem Thermomix. Heute Erdnussbutter. Und wie gesagt, ungesalzen, ungesüßt. Wir haben kein Erdbeer, Johannisbeer oder sonstiges Gelee. Einfach nur halbes Sandwich und Butter drauf. Ich beiß da jetzt rein. Ich habe mir vorsorglich schon mal Wasser hingestellt. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, kein großer Erdnussbutter-Fan. Aber es soll ja Leute geben, die das auch für was anderes benutzen, außer wie ich zum Verfeinern von Gerichten. Cremig ist es, trocken ist es. Und ich würde es noch salzen, weil so schmeckt es halt einfach nur nach Erdnuss. Ja, das reicht mir dann auch. Ich spüle mal runter. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Und für alle, die jetzt gerade eben meinen Allergiker-Hinweis allzu ernst genommen haben. Ja, ich weiß, Erdnüsse sind botanisch gesehen keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte. Trotzdem, ne, Uffwasser.